so und jetzt einfach vor und zurück vor und zurück vor und zurück vor und zurück das kann jetzt ewig dauern leute ich weiß das kann zwar dauern aber er gute kann es auch ein bisschen auch so bleiben also das hat ja auch so seine zeit ja das kann ewig dauern aber hey ne unterhaltung pur ohja ich kann ja auf meiner verstimmten total verstimmten gitarre spielen ja los wach was meinst du wollen wir den zuschauer quälen mach die kann so leicht nichts erschüttern glaub mir die müssen dich aushalten von daher boah alter das wollte ja mach gerudo tal wir sind gleich da gleich haben wir es geschafft die seiten haben sich auf jeden fall schon ein bisschen gestimmter an das klingt wie der song auf zeit das war doch die hymne von kronos die sind die einzigen ich eigentlich noch nicht ähm stimmen also die mehr stimmen benötigen ja das schafft sie doch in der truhe echt? oh ok klar wuhu ja hast geschafft aber hey sag ich ja ne die methode ist halt einfach ich mein gut es kann natürlich noch eine andere methode geben aber die methode kenn ich die methode ist mir sicher war auch am sichersten ja auch wenn sie lange gedauert hat und ich ein paar versuche also ich persönlich hab ein paar versuche gebraucht weil ich hab das nicht so gemacht sondern ich hab wirklich ein bisschen nach vorne und dann immer wenn er angefangen hat zu strampeln hab ich dann äh ja rückwärts gemacht gut so war das sogar eine noch bessere Idee von daher ja ich versuche jetzt mal vielleicht in dem raum wo diese krabbelminenmaus ist hm vielleicht sind da bomben mal einfach ein bisschen viel schrub kaputt hier müsste ja auch irgendwo eine bombe sein ich mein ja gut haben wir auch schon früher mal gehört ne ach bombe fünf bomben ja fünf bomben glaub ich nur wo war jetzt nochmal der raum ah ja ich weiß es wieder gut ja äh falsch ganz falsch muss zum roten dings ja würde ich auch sagen na ich bin nicht runter und mein ja doch ein bisschen runter gehen ist doch auch mal schwül ne ja ich muss jetzt erstmal doch jetzt muss ich erstmal durch das blaue hoch hm dann da rüber und dann bin ich da ja es ist schon neun uhr abends ey übel tja passiert ich nehme schon seit einer Stunde auf hm lol ok ich lass das mit dem lol danke ich hasse diese diese Chat-Sprache im Lühlerkreis es geht mir nicht um Chat-Sprache es geht mir einzig und allein darum lol ist einfach ein unnötiges Wort finde ich auch wenn man jetzt sich gerade nicht Job-Legend meint doch das ist auch unnötig auch nur weil du da die ganze Zeit mal fehlt ich fehle nicht und das dir zu härt nimmst dann halt ja die hassen mich das ist lol da hasst jeder jeden leider von wegen soziale Community das hat man bei lol nie gesagt doch Wann hat mir mal gesagt ja trete unser sozialen Community bei die Macher ja toll die Macher kennen aber warum ihr eigentlich das Spiel wird au boah da flogs aber weiß ich war auch auf Eis ja auf Eis gelegt Mensch warte doch einfach ab Mensch also der Kampf gegen so einem kann echt so schnell vorbeigehen wenn du endlich mal auf mich hörst der dreht mir ja nicht den Rücken zu doch du musst ihn einfach nur attackieren lassen müssen zurückgehen und dann hat sie es geh vom Eis weg geh vom Eis weg geh vom Eis weg geh vom Eis weg jetzt nein so jetzt lass ihn attackieren lass ihn attackieren geh ein bisschen zurück nein weg mit dem Schild sobald er attackiert so jetzt und jetzt attackieren ja ich weiß ich bin blöd ja dir wird von einem Hauptschüler dir als Gymnasiastin wird von einem Hauptschüler geholfen sollte dir zu denken geben angreifen lassen angreifen lassen angreifen lassen Sack Miii ich bin jetzt mal ruhig enary ernsthaft es wäre so viel einfacher wenn wir einfach mal ein paar mehr Menschen auf mich spüren würden aber ein wääh auf die ich immer nach dem Herrn hör dich selbst Komm schon, Link! Hoch! Oh, das muss ich eigentlich... Nein, nicht anblicken! Schwierig! Selbstmord hat ein Täter! Selbstmord hat ein Täter! Achmed! Scheiße! Ich weiß nicht, wir werden echt Videos oder so. Ich freue mich schon drauf, mit Meli mal Kokomömpchen. Das wird... Das wird... Na, endlich! War es mit Meli Pokémon? Nein, das wird mit Meli Kokomömpchen. Das wird... Das wird epic, sage ich dir. Ich sagte... Ich sagte nichts. Gut, jetzt finden uns noch zwei Feen. Wo sind die Schlampen? Hier ist keine. Wie gesagt, jetzt einfach mal mit... Jeden... Durch jeden Raum mit dieser verdampfen Maske gehen. Hier ist nochmal hier. Hier ist auch... Gut. Äh... Ich hab so'n... Da ist, glaube ich, noch einer. Hm... Ne. Nein. Hm... Okay, jetzt wieder rüberrollen. Jetzt sind ja endlich mal die Gegner weg. Das heißt, es ist Ruhe. Hm. Bäm. Mhm. Da geht's zum großen Saal. Saal? Hm. Klingt wie ein Schloss. Na gut, das ist ein Tempel. Von daher, das ist unser... Gibt's hier vielleicht noch? Nööööö. Und los. Jetzt kommt wieder der große Raum, oder? Ja. Mhm. Hier ist ja keine mehr... mehr aber man kann ja immer noch in die anderen Räume Vorsicht haben wir gucken das interessiert mich jetzt mal wo die sind kannst du dir im Guide nachgucken wenn du einen hast der Titel für die Erzugs mal gucken ist hier eine, ne hier war keine schnee nachgeworfen hier war keine mehr lass mich vorbei jetzt sind wir hier da wo der Master steht 2 1 2 1 keine mehr sind die denn na ich ich find ja auch im Gott jetzt na war weg äh okay was ich sehe gerade wie man ähm das ist mir wie denn ähm also ich zitiere jetzt vom Guide das ist nämlich hier in Klammern ich möchte hier nur anmerken dass ich mir nachher ähm dieser ewig die Augen ausgeschaut habe um sie zu finden tritt an die Kante der Säulenplattform und schau mit dem Auge der Wahrheit nach unten ein Stück tiefer siehst du einen verborgenen Raum mit Dekoblume in der Wand in dem Anlauf und spring rüber Hasen was gehilft gut äh das ist natürlich auch ne tolle Idee und weißt du jetzt wo die restlichen Feen sind? Dino Schultz ähm du warst in jedem Raum ne? in dem da unten war ich noch nicht da dann geh mal da rein wirst du jetzt wieder wehtun? ah ne doch nicht doch wird wehtun ja ah Beine gebrochen okay ich hätte hier jetzt eineinhalb Herzen gerechnet aber nicht ach der nee braucht keiner das ist nur der untere wo zur Hölle? sagt der Guide irgendwas? da ist ja keiner ja okay man nur noch ich muss mal kurz durchlesen ddddddddddddddddddd aja Ja, die haben wir. Die haben wir. Wir haben eigentlich alle. Also Drohnen sind keine mehr. Gut. Die haben wir. Moment, Moment, Moment. Weißt du noch das mit diesem Schalterrätsel? Ja. Mit den zwei verschiedenen Schaltern, also mit diesen Stampfschaltern da. Geht da mal hin, geht da mal hin. Wo sind die noch? Das weiß ich jetzt gerade selbst nicht. Ich glaube, ich weiß es. Gut. Nein, nicht da. In der Lava, genau. Ich glaube, ich weiß, wo er sich... Ich gehe noch mal durch den blauen Raum. Und ganz zurück in den Anfangsraum am besten. Hm. Soll ich mal lieber als Gerone rein? Ja, schon. Warum machst du nicht die Ocarina da weg? Weil ich die Ocarina immer drauf habe. Warum? Keine Ahnung, aus Prinzip. Die ist unnötig im Tempel. Jetzt gehe ich durch die rote Tür. Die rote Tür bringt dich zu dem Einraum. Ja. Deshalb gehe ich ja jetzt da durch. Okay. Nein, nein, da geht es nicht weiter. Geh noch mal zurück. Oh, Manu. Wo geht es denn dann weiter? Geh da rein. Rechts. Rechts, genau. Ich hasse diesen Tempel. Ah, da auch. Ist das eigentlich... Hm? Nein. Oder? Doch, danach. Jetzt weiß ich wieder, wo die Fee ist. Echt? Ja. Kann das sein, dass... Ich schau nach oben. Ja. An der... Decke befindet sich... Ich muss zuerst die Viecher töten. Du musst mittig gehen. Und da stören wir. Und Feuerpfeile kannst du nicht aktiv nehmen, wenn du gerade Auge der Zeit hast. Ach, Auge der Zeit, Auge der Wahrheit. Das Auge der Zeit. Das Nullenzümmen von Zelda. Da. Ich hab auch das Auge der... 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 die Dingskaner. Doch. Weil ohne das weißt du nicht, wo du hinbekommen sollst. Ach ja. Bis sonst? Halt die Taste. Ah. Geh weiter nach vorne. Du musst weiter nach vorne. So siehst du sie doch nicht mal. So. Hä? Was hast du? Moment mal. Nimm einfach die Fehlmaske. Setz die mal ein paar auf. Da ist keine Fehl. Hä? Jetzt hat es eine Fehl. Wegen dem Auge der Wahrheit hab ich nicht gesehen. Müsste die eigentlich dann kommen? Oder nicht? Nehmen wir mal ein Auge der Wahrheit. Hä? Warum? Zum... Ist das ein... Ist das ein Bug? Ein Emulator? Oder wie? Keine Ahnung. Hier... Da muss die Fehl sein. Da muss ich auf die Feile zum Beispiel landen. Ah. Ah. Ich hab sie getroffen. Durch Zufall. Okay. Gut. 14. Jetzt ist die letzte. Wo ist die letzte? Das kann ja noch was werden. Sta? Hasse? Hm. Ja. Ja.